Hallo, ich bin Britta Heidemann, Fecht-Olympiasiegerin und Fit-for-Future-Botschafterin. Diese Woche fordere ich dich zu einer Challenge heraus, sportlicher Natur, und zwar dieses Mal geht es um Cardio-Power, die Mountain Climbers. Es ist wie Liegestütze, aber mit gestreckten Armen. Man muss den ganzen Körper in einer Linie haben, achtet darauf, dass der Po nicht zu weit oben ist. Und dann geht es so, das ist wie Bergsteigen, die Beine einfach vorne an den Körper ziehen. So, und das Ganze geht natürlich auch noch schneller. Wer sozusagen nicht die alte Oma spielen möchte, der läuft den Berg hoch. Aber man darf sich natürlich nicht überschätzen, weil dann geht dann schnell die Puste aus. Bist du dabei? Dann mach jede Woche, jeden Tag so viel Mountain Clivers, wie du eine saubere Ausführung schaffst.